Ui, haben wir den hier fabriziert. So, jetzt sieht das schon mal ein bisschen besser aus. Diesem ganzen Geknödel da, das ist ja, bäh, aber nur furchtbar. Furchtbar. So, ja, ein bisschen Blade. Ein bisschen blöde. So, jetzt brauche ich nur, warte mal, hier ist ein Sunstone. Ist hier geil. Da habe ich mir jetzt noch ein paar Träppchen. Yes. Oh, war ja klar, dass das passiert. Was denn? Du Scheiße, Wasser, Wasser. Genau. Ich habe nichts gesehen. Aber gerufen habe ich komischerweise doch. So, jetzt machen wir hier mal die Fackeln weg. Ah! So, jetzt gucken wir mal hier. So, ich hoffe, das reicht so. Da haben wir hier auch noch einen hin. Also, das sollte ausreichen, dass es hell genug ist. Das sieht doch ganz nett aus. So, haben wir den, soll ich das grafen mal hier rein? Und Andy sieht hier. Ah, das ist doch schön. Oh, ähm, ja. Das ist jetzt nicht so gut. Gut, jetzt muss ich hier doch noch eine Treppe hinbauen. Äh. Das geht hier schon wieder nicht. Herrschaftszeiten. Gut, muss ich es eins weiter vorverlegen. Jetzt geht es aber. Ist ein bisschen blöd gemacht hier. Ups. Sag mal, was machst du denn noch? Ich versuche jetzt gerade, Wasser da reinzukriegen. Oh, Mann. Die ganze Zeit, ne? Nein, ein Rohr. Haltest du denn das Transportrohr? Nein. Das ist ein Aktrohr. Extraktionsnorm. Nein, ich brauche... Warte mal, so machen wir das. Kein Transportrohr. Nee, das bringe ich auch nicht so, Mama, das. Okay. Oh, das sieht doch gut aus. Auf jeden Fall besser aus. So kann man es auch machen. Das ist doch mal was. Das ist doch mal was. Bist du nicht irgendwo noch Kaktusgrün rumfliegen? Oder Kaktusgrün? Ja, guck mal oben in die... In... Eine von der mittleren Kiste an der Wand. Okay. Oh, wieso wird es denn jetzt auf einmal so... Oh. Ich habe mich ins Freie gegraben. Das ist scheiße. Gut, jetzt haben wir hier wieder Deckel zu. So, warum geht das nicht? Ich weiß es nicht. Was hast du denn wieder gemacht? Dichter. So, Hölzernes Flüssigkeitsrohr. Extraktionsrohr. Spiel es aber auf Englisch. Ich empfehle dir immer noch Englisch zu machen. Da kann ich dir viel leichter helfen. Ja. So, was? Es geht nicht mehr mehr rein. Doch. Du sagst, wenn das jetzt nicht mehr rein gegangen ist. Ist geil, ich habe jetzt 245 Cobblestone noch drin. Das ist irre. Ist richtig geil und sparsam. So. Gravel. Ich nehme auch mal das Leder mit und tue es unten einlagern. Also auch die Farben und das Zeug hier. Die Rübli, die nehme ich mal mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich mit. Also das funktioniert nicht. Hast du Kaktusgrün gefunden gehabt? Ja. Gut. Aber der transportiert das Wasser nicht. Wieso transportiert der das Wasser nicht? Wo willst du es denn rausgepumpt haben? Oder reingepumpt haben? Ich möchte es hier in die ganze Zeit, in die Abfüllmaschine kriegen. Ja. Und wo ist das Problem? Dann mach du das. Einfüllen tust du es grundsätzlich mit der Goldpipe. Oder normalen Stone- oder Cobblestone-Pipe. Aber ich brauche ja was, um das Wasser da rauszukriegen. Also aus dem Wasser potte ich im Grunde genommen. Was? Oder etwa nicht. Gut. Dann baue ich jetzt nochmal eine Flüssigkeits-Pipe aus Cobblestone. Hm. Seh mal. Drain from cell in the tank. Ne. Fill cell from tank. Fluid enriched. Manchmal. Cell from tank. Den jetzt tank oder zähle. Du wirst auf jeden Fall Pipes brauchen für das Ding, damit es läuft. Da brauchst du eine Zufuhrpipe. Ich empfehle dir dafür auch von hinten zu kommen. Also nicht wie, nicht Doggy-Style, sondern halt von hinten. Du weißt schon, wie es meint. So. Hier. Pflasterstein ist Flüssigkeitsrohr. Ja? Ist dran. Ja. Ne? So. Wasser. Wasser. Nicht da. Nicht da. Hinten. Von hinten. Vertraue mir. Mach's von hinten. Und machst du hier, hier musst du auch ganz anders davor gehen. Du brauchst hier eine endlose Wasserknolle. Und du brauchst eine Redstone Engine. Und eine Bildkraftpumpe. Warum brauch ich eine Pumpe? Ja, damit das Wasser hier von der Quelle weitergeleitet wird durch die Pipe in diese Maschine. Wir hatten doch mal, da gab es mal eine Wasserpumpe. Gibt's nicht mehr. Nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Wurde mit 164 abgeschafft. No. Das wurde leider mit der alten Bildkraft Version abgeschafft. Ich hab geguckt, ob ich's wieder krieg. Ich krieg's nicht mehr. Ich hab alles probiert. Es gibt's nicht mehr. Gibt's leider nicht mehr. Es wär schön gewesen, aber diese... Ich weiß, das war ein schönes Teil. Das hat halt die ganzen Pumpen und alles ersetzt. Aber leider ist diese Pipe... Auf Nimmerwiedersehen. verschwunden. Das war eine schöne Pipe. Das musst du mir aber auch sagen, Resso. Du hast mich ja nicht gefragt. Du hast ja nicht gefragt. Du hast mir ja nicht genau gesagt, was du genau vorhast. Woher sollte ich wissen, dass du ihn gehst und suchst so diese Pumpenpipe wieder? Das kommt nicht hin. Was? Was? Was ist? Ich hab' ich gleich hier. Tja, tja, tja. Jetzt protestiert der Kerl auch. Und jetzt will ich mir auch noch Beef geben. Immer toller, ey. Mit der Jugend heutzutage. Immer toller. Na gut. Du Scheiße. Hilfe, hier ist Todesloch. Todesloch. Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Alarmstufe Rot. Hilfe. Hilfe. Hier ist alles aus. Oh Gott. Ich werde sterben. Ich werde sterben. Ich werde sterbseln. Ah, was ist denn? Hilfe. Komm runter. Komm runter in den Keller. Schnell. Oh Gott. Schnell, komm runter in den Keller. Schnell. Oh Gott. Das ist ein Enderman. Oh Gott, der killt, der killt nicht. Ach, ist es. Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Sam. Komm runter. In den Keller. Schnell. Schnell. Oh Gott. Was ist denn da unten? Da ist er tot. Da ist er tot. Warum? Und bring Fackel mit. Schnell. Was denn? Warum denn? In die Hilfe schreit. Komm mal vorbei. Frag doch nicht. Er ist tot. Ach, du bist hier in ein Ding reingesprungen. Ja, da war lokal. Und bist da meinen. Ja, da war gerade noch ein Ding in Enderman. Ist doch schön, du hast ihn weg. Ahl, warte, warte. Warte, ich hab hier Eisen. Ich hab kein Platz mehr. Ja, nee, ich hab auch kein Platz mehr. Der Tag ist voll. Greibig, sie fix. Was hab ich jetzt das raus? So. So, wie ist es dir hier raus? Was ist denn scheiß? Eih. Du kostest mich nerven, weißt du das? Ich weiß. Aber wenn du Angst hast. Eih. Aber wenigstens sind die Endermen nie ausgestorben. Aha, die brauchen nicht. Ja, toll. Soll ich mich sitzen lassen? Zugemauert. Na gut, grabe ich mich halt anders da durch. Drache für Dumbledore. Was, Drache für Dumbledore? Ja. Was ist denn mit Dumbledore? Nix, ich frag mich. Das ist doch kaputt. Dumbledore ist gestärbselt. So, jetzt ist die Frage, wo komm ich jetzt hier raus? Wenn ich mich jetzt hier durchkrabel? Blau. Okay. Ich weiß wo. Bitte in die Wüste. Jo. Das war ein schönes Konstrukt. So, dann nimm ich hier Sunshine. Und du merkst keinen Unterschied. Das ist schei. So, und jetzt habe ich keine Fackeln mehr. Was mache ich denn jetzt? Ich brauche wieder Fackels. Also, jetzt wissen wir hier, dass auf jeden Fall hier ein Enderman bei uns im Keller haust. Im Tiefkeller. Also im, ja, im Kohlekeller oder was weiß ich was. Halt im Todeskeller. So. Jetzt geben wir hier in den Lager mal das ganze Zeug ein. Oh Mann. Na ja, aber Drohe haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Das ist richtig geil hier. Das gefällt. Das gefällt absolut. So. Jetzt haben wir hier Leder und andere Zeug. Das muss ich alles mal sortieren bei Gelegenheit. Dass es hier schön sortiert wird. Das ist geil. So, hier Birchwood. Ne, das nehme ich wieder mit hoch. Aber Gravel. Gravel. Alles mal bauen. Hey, das sieht so geil aus. So, das ist auch fad. So, warte mal. Die Kakteen, die lasse ich mal oben. Obwohl, ich tue dich auch mal unten rein. Ein Teil jedenfalls davon. So. Gib ich es durch auch weg. Sag mal, was machst du denn schönes jetzt? Ich versuche immer noch die Abfüllmaschine zum Laufen zu kriegen. Oh Mann. Wo genau habe ich es denn jetzt? Ich brauche das Wasser im linken Behälter. Ja, das macht ja nichts. Ja doch, macht schon was. Das macht überhaupt nichts. Du kriegst es so oder so rein. Du brauchst die denn einfach nur die Pipe. Du brauchst ja einfach nur die Pipe. Ich wollte das aber jetzt erstmal mit einem Eimer befüllen. Einfach mal so testweise. Ja, wieso gehst du nicht einmal hin, baust jetzt die Buildcraft Pump und einfach eine Redstone Engine. Das kostet doch nicht die Welt. Keine Antwort? Oh. War gerade am Lesen, sorry. Wieso gehst du nicht hin und machst einfach eine Buildcraft Pumper? Kostet doch nicht viel. Gucken wir mal, was kostet es denn. Die kostet einen Redstone, Iron Gear, einen Eimer, zwei Tanks und vier Eisenbar. Das ist doch nicht teuer. Ich mach dir das mal. Ich nehm dir jetzt ein bisschen an die Hand. Ja, bau du mal die Pumpe, dann tust du auch mal was. Lol. Also, wie ich gar nichts mache. Guck mal ohne den Keller an, wie schön der jetzt schon aussieht. Ja, das weiß ich doch. Undankbar. Ich hab dir gesagt, ich hau dich. Was? Du willst dich mit mir anlegen? So, Friede jetzt. Ei, ei, ei. Hier, fuck die. Kerle, Kerle, Kerle. Muss doch nicht sein, dass wir uns gegenseitig bekriegen. Da war keiner was. So, hier, Kupfer. Ne, das brauch ich nicht. Eisen. Schön. Tue ich mal vier Stück davon weg. Und, äh, noch mal vier Stück. Genau. Und ich brauch noch vier Cobblestone. So, und ich brauch noch ein bisschen Holz. Holz hab ich aber dabei. Das ist gut. So. Wie ist das jetzt nochmal gegangen? Eins, zwei, drei, vier. So. Einmal Stone. Eins, zwei, drei, vier. Zack. Und, zack. So, wunderbar. Jetzt haben wir das schon mal gebaut. Jetzt brauch ich einen Redstone. Haben wir noch einen Redstone da? Irgendwo. Ne, keinen Redstone. Ja, eins reicht schon. Super. So, jetzt brauch ich Tank. Den stell ich mit Glas her. Das ist ja nicht das Problem. Und noch ein bisschen. Ja, wunderbar. Oh, brauch ich doch noch ein bisschen mehr. Gut. Wunderbar. Und was brauch ich jetzt noch? Einen Eimer. Einen Eumel. Einen schönen Eumel. Warte mal, den kann ich auch ausziehen herstellen. Das ist nicht so teuer. Passt ein. Danke. So. Jetzt müsste es ja schon gehen. So, einmal Eimel. Hier den Eumel. Dann hier so den Eumel. Und ein Redstone. Und siehe da. Er hat gepumpt. So, und jetzt. Warte zum. Geier. Was? Ist doch nicht aufgeschmissen. Lol. Feuerresistenz. Aber allergiege getränke. Ne, ganz so schlimm. Äh. Tu das weg. Tu das weg. Oder ich werde dir nicht vergeben. Überleg dir es gut, was du machst. Ich habe bereits für solche Fälle einen Ausweichplan. Und mehr sage ich dazu nicht. Da kannst du schon hüpfen. Ja, ja. Ja, ja. Der Ausweichplan, wenn der aktiviert wird. Dann hättest du dir gewünscht, er hättest es nicht getan. Und das war keine Drohung. Das war ein Versprechen. Ich baue dem Ressort demnächst hier einfach eine Booby Trap unter seinem Bett. Das heißt, wenn er sich das nächste Mal reinlegt, macht es bumm. Wie wäre es denn? Ich gehe hin und pflaste hier der ganze Bett zu mit Safes. Ja, dann gibt es kein Entkommen. Wenn ich es nicht will. Und ich will es nicht. Und dann gehe ich hin und verschandle dieses ganze Haus so voll mit Technologie. Und du musst zugucken. Vergiss es niemals. Vergiss es niemals. Ich bin dein Freund. Und du willst mich nicht zum Feind haben. Ich brauche keine Feinde. Feinde hat man eh schon genug im Leben. Freunde sind ein wertvolles Gut. Also sei lieb, dann bin ich es auch. Ich bin mir lieb. Nicht immer. Du bist ja abgegangen wie so eine Ultrazwiebel. So, wir bräuchten mal wieder Kohle ein bisschen, ne? Warte mal, dagegen hin. Glauben wir hier mal 10 Stück raus. Für weitere Fuckloids. Super. Jetzt gucken wir mal. Oh Gott, das ist ja auch noch Kaktusfrucht. Noch mehr Kaktusfrucht. Das ist ihr. Hier hast du dein letztes Redstön. Hast du hier wieder. Bitte schön. So. Und jetzt können wir die Pumpe setzen. Das ist halt die Frage, wo man es am besten hinsetzt. Wir könnten hier ja ein bisschen expandieren. Ist das okay? Ja, Moment. Machen wir einen Anbau hinten dran. Natürlich. Was ist denn die Wasserstelle? Die Premium Wasserstelle. Oh, hier sind ja voll die Fuhlchen drin. Was ist denn das für Technik? Warte mal, mach es noch eins tiefer. Dann mach es noch eins tiefer. Dann können wir hier... Dann haben wir diese Probleme mit dem Kopf da. Weißt du was? Ich ruf das jetzt einfach mal weg. So. Sollte ja nicht so stören eigentlich. Denke ich. So. Und das noch weg. Das machen wir wieder zu. So. Und die machen wir auch wieder zu. Nee, der Pumpe ist noch anders im Ofen. Können wir ein Glas hinmachen. Sieht dann besonders stylisch aus. Das ist dann quasi wie so ein Wintergarten oder sowas. Tja. So. Jetzt brauche ich hier ein Blöckli. Obwohl, ne? Hier haben wir schon Blöckli. Oder? Nee, machen wir es so. Immer mehr Platz. Plack. Hier fährt ein Rüssel aus. Fährt sie aus? Jo, sie fährt ein Rüssel aus. Die braucht doch eigentlich auch noch Strom. Nee. Sagen Sie was, die brauchen diese Redstone-Engine direkt dran geklebt. Ja, die müssten wir ja auch noch brauchen. Gib mir nur noch mal ein kurzes Redstone bitte. Dann bastel ich dir mal schnell zwei Stück. Dankeschön. Bitteschön. Jetzt holt's Hammer da. Hast du denn auch noch diese Fluid-Dingens-Rohre jetzt? Oder du brauchst ja eigentlich zwei Stück. Eins hab ich dir gegeben. Ich hab hier die Copeland Fluid-Pipe. Das andere war noch Copeland Transport-Pipe. Aber die kann ich noch umwandeln. Das ist nicht das Problem. Dann mach ich auch noch Fluid-Pipes da raus. Warte mal, wo hatte ich denn das Kaktusgrün hier? Kann man ja schnell machen. Ist ja nicht das Problem. So.